wir starten story ich würde sagen wir starten jetzt in die story weil ich habe mega bock drauf weil ich nicht weiß wie es weitergeht und wir werden das jetzt einfach wir wollen schon aufträge also ich bin noch nicht rausgegangen schatten auch bist du aber ich muss auch noch rausgehen das verstehe ich auch nicht warum muss ich rausgehen also du joinst und ich muss rausgehen das macht keinen sinn ok leute es geht weiter mit den aufträgen und ich bin sehr sehr gespannt wie die story weitergeht da in der potationspunkt ich bin ganz normal in der story stehen geblieben also nach dem ersten vor dem ersten patch das heißt wir schließen jetzt beim patch 1.1 schließen wir jetzt an ganz oben mal kurz heilen so auf den berg da hoch da müssen die kletterkünste dran warum zündet er hier die ulti so ok hoch geht dann hoch geht dann hoch geht dann wo spider man spider klee gibt es einen normalen weg hoch oder muss ich tatsächlich gut an die kiste nehmen weil ich weiß nicht ob wir hier überhaupt noch mal hinkommen wer von euch im chat hat das die story schon soweit gespielt war schon zu ende gespielt so level 37 schon tatsächlich das ist das finde ich ziemlich nice da muss ich jetzt hier tatsächlich hoch klettern oder gibt es einen normalen weg ach komm wir klettern was solltet wir klettern einfach du schaffst das warum fällt ich jetzt da runter klettern 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 Bestimmt. Bestimmt. Untertitelung des ZDF, 2020 Weißt du, Paymon kann fliegen, die kann einfach da hoch. Was will ich jetzt vom Geschütz? Was ist jetzt tatsächlich zum Geschütz? Okay, versuchen wir es. Hier ist irgendwo noch ein Gimmel-Gummel-Luss, wie auch immer das heißt. Wenn auch wieder irgendwie versteckt. Ist das eine Höhle oder was? Ah ja, suchen wir jetzt nicht. Fokus auf die Hauptstory. Okay. 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 Guten Tag. Guten Tag. Ich bin der Neue. ... Was das? Warum muss ich jetzt kämpfen? Wegen Payment muss ich jetzt schon wieder kämpfen. Komm, alle Bananer. oh nein ich hoffe die haben das nicht überlebt ich habe das überlebt sind die einfach neu gespawnt jetzt gerade weil die so weit weg fahren vom schuss hallo ich will dich nicht runter schubsen aber ich tue es jetzt auch erst hier speran ziehen zu machen also das waren wirklich die zwei die runter gefallen sind tatsächlich die sind neu gespawnt weil die wahrscheinlich zu weit unten waren nein nicht runterfallen die sparen einfach neu ja da war nämlich auch gerade runter gefallen meine güte die kam jetzt auch das erste mal oder haben wir vorher noch nicht gesehen ja Ich bin der Kucksei-Ri-Yue-Schi-Sei-Yu-Hen. Sie wissen es, Sie sind der Kielerin der Kielerin. Wow, ich habe es nicht gedacht, dass ich so einen Gewalt mit dem Geld zu treffen... Der Kieler der Kieler der Kieler der Schauspieler verlebt wurde, hat sich neben der Kielerin den Kielerin gewohnt. Sie sind hier, das sind die Kieler, der im Land zu beherren, Sie haben es nur die Verstehung. Tja, das waren wir. Oh, ein Krieg. 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 achten kann man nicht nur immer einfach Die Hauptquests geht schon eine ganze Weile, oder? Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ja, ich bin nicht in Geld. Ich habe mich nicht in Ruhe, oder? Ich bin in Ruhe, oder? Ich bin in Ruhe. Ich bin nicht in Ruhe, oder? Ich bin in Ruhe. ich habe mal den schüssel gefunden Ja. Der sieben Städte, Leute, der sieben Städte und wir kennen nur zwei. Was dieses Game noch für Potenzial hat, ne? Unfassbar. So, kommen wir hier irgendwie noch an die Sterne dran. Okay, das ist unter Wasser. Der wahrscheinlich auch. Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise geht mit Genshin Impact. Also die haben ja mega Potenzial. So, nach den sieben Städten, hast du schon recht, kann noch andere Kontinente kommen. Und da rennt vielleicht wieder sieben Städte oder irgendwie sowas. Also die lassen das alles schön offen. Das gefällt mir echt gut. Hm? Was ist das? Ja, das ist das Schlepp. schleim in zucker glasur gibt sogar nicht gibt sogar ein erfolg geschmack ist nicht alles man kennt das doch immer so also ich kenne es nicht aber man kennt vom film also auf eine reichen party geht die vollkommensgeschenke sind doch total nebensächlich geht ja keiner hin und packt das aus dort gut doch kopf 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 Oh, was passiert? Oh, was it? Ich habe den Charakter für mich geholfen, aber ich komme zurück. Das ist nicht so! Ich bin froh, dass du dich interessiert hast. Gefällt mir als Charakter jetzt schon ziemlich gut, muss ich sagen. Diese Kuh-Den-Nachrichtung ist eher höher. Ich kann hier sehen, dass ich die Reise von Riyue-Kohen gesehen habe. Die Kürze sind umso viel zu viel zu haben. Die Kürze hat sich dann aus dem Kürzeitutel an. Als ich sie in der Kürzeitutelung mache, in dem einen Geldesystem zu finden. Das war die Kürzeitutel, als das Fluss für das Kürzeitutel. Dann habe ich das Füßeitutelang, und mir die Kürzeitutelang, Es gibt nicht so viele Leute, die Seppurus-Kissi-Dann haben gesagt, dass Sie in der Bibliothek haben, dass Sie in der Bibliothek haben. Deshalb habe ich mich für Sie geholfen. Was? Und wenn Sie auf der Böjo-Liö-Kann haben, Sie verabschieden Sie sich. Ich bin ein Mann, aber ich bin ein Mann, der Sieg. Nein, ich bin ein Mann, die alle die Beobachtungen in der Arbeit. Ich bin ein Mann. Im Mann! Ich bin ein Mann, oder? Ich bin ein Mann, oder? Hm? Sehr nett. Zack. Wird man ja mit Verfolgen überschüttet. Wird man ja mit Ja. Liyue 7世は帝君の民よ。 帝君に歯向かうなんて。 あの日のこと。 あまりにも突然で対応しようがなかった。 そ、7世の敵は、とうにLiyue校にいる。 厄介なことになる前に、 だから私は先祖の亡骸を隠して、 敵の行動に牽制を仕掛けたの。 その敵って誰のこと? さあ、どう思う? あ、謎なぞでもしてるの? 正解よ。 ん? 外の景色は綺麗だけど、 高い場所にいるとやはり風が強いわ。 いいわ。 Das war's für heute. Ich will das nicht alle. Die Reise ist wichtig. Ich weiß, dass die Eingabe eine der Trennenden sind. Die Verkaufgabe ist nicht wichtig. Aber ich bin ein Lieber. Die Eingabe-Eingabe-Nerleute ist der Mannschaft zufrieden. Wenn man so, muss man sich nicht verhalten. Wenn ich eine jemanden-Eingabe-Sprache mit einem Studenten die einen gewissen Vertrauen mit dem anderen Wissen kann... Und wenn ich meine Freundin nicht bin, dann hab ich das Gefühl, dass ich meine Freundin nicht benutze. Ich denke, dass ich das ganze Zeit mit dem Geist zu essen bin, und ich habe das ganze Zeit gefehlt. Ich denke, dass ich meine Freundin nicht benutze. Ich denke, dass ich meine Freundin nicht benutze. Aber ich denke, dass ich sie in dem Geist, was ich nicht benutze. Ich habe gesagt, dass er die Zukunft der Leidung des Lebens gibt. Dann hat er gesagt, dass sie die Leidung des Lebens abgerufen hat. Das stimmt. Der Leidung des Lebens ist für die 7-Jetik. Aber das ist für das Leidung des Lebens, die 7-Jetik-3-Datschung zu verbreiten. Ja. Ja, die Fatui, die bösen Fatuis. ... ... ... Für die Zeit für die Riehäu zu kontrollieren. Oh... Für die Riehäu hat die Riehäu gefordert, dass wir uns für die Begründung nutzen können. Das ist das, was Sie gesagt haben. Genau! Für die Begründung ist es... Es geht nicht. Ich habe gesagt, dass wir die Begründung bekommen, aber... Wie ist das? Es ist gut. Ich liebe dich. Ich habe viele Fragen. Ich habe das Wort gebeten. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Das ist ein Kabel auf dem Kabel. 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 Ich kann es nicht vorstellen. Wer möchte ihr mitnehmen? Ich挑be den отв pues! Es ist der einzige. Ernsthaft? Erstmal geht alles klauen. Ist richtig wichtig. Ich will die bestmxtonischen Bank anwenden. ... ... ... ... ... ... ... Fahdüüi ... Ich bin jetzt schon so gesagt. Ich bin jetzt hier in der Reise. Ich bin jetzt in der Reise. Ich kann mich über die Reise mit den Reise. Ich bin jetzt hier in die Reise. Ich bin jetzt hier in der Reise. Wie ist das? Ja. Ich bin dann... Ich bin dann in der Reise. Ich bin dann in der Reise. das ist schon geil kann einfach irgendwas mitnehmen wo muss man ihn raus ich finde so allgemein die charaktere ganz gut auch die sache mit child jetzt aber ja eigentlich ganz gut inszeniert so ich jetzt tatsächlich noch mal darunter ob ich das schaffe wir fliegen einfach mal vielleicht kriegen wir da auch die eine minute hin ja wahrscheinlich nicht ich hätte mit ember springen sollen vielleicht habe ich diesen ich habe ich diesen erfolg ja auch schon das war natürlich peinlich wenn ich die ganze zeit versuche diesen erfolg zu bekommen dabei habe ich den schon würde ich jetzt nicht ausschließen wollen es reicht nicht es reicht nicht dann ins wasser stürzen ertrinken gg habe schon kommen sehen ich habe schon kommen sehen auch elite die sind doch so stark oder erst mal erst mal den blitz typen und den eis tüten ok wir sind gar nicht so stark ok gegen blitz hilft das wusste ich tatsächlich noch nicht ja 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 nun oh no ja noch mehr ja 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 auf was schießt er mit dann was schießt er nicht was ist ich ja 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 ok das ist creepy das stimmt das stimmt das stimmt Ich glaube, dass man in der Köln-Morgen war, die er vor allem schlussisch zu erzeugt. Du hast die Köln-Mirbeln geblieben, was er, indem du den Köln-Morgen schlussisch zu erzeugt, was du alsost? Und wenn du in der Köln-Morgen warst, du in der Köln-Morgen schlussisch zu erzeugt? ... Das ist schwierig... Ich sage, dass du etwas koh... Okay. Es ist jetzt schon ein Feind und eine Nachbarnung zu treffen. Jetzt sind wir auf die Köln-Morgen shields und die Köln-Morgen. Hallo? Nein, jetzt nicht. Pass auf, jetzt schießt er die Raketen mir nach, mir ins Gesicht. Es ist sehr großartig. Und sehr schön. Ich glaube, es ist ein Lieblings-1. Es gab auch noch einen Riesen-1. Wie war es? Es ist ein Geld, der sich gut und sehr nett ist. Ich glaube, es ist ein Lieblings-1. Ich glaube, es ist ein Lieblings-1. Ich glaube, es ist ein Lieblings-1. Wie Payman aber auch alles raushaut. Ja, ich musste das Spiel zählen. Aber die Verwenden ist das Segen. Das ist wichtig für sie. Verwenden Sie die Verwenden in der 2nd? Also die Verwenden Sie? Das ist Morasa. Ich dachte, ich habe einen Präzise mit Fahdui. Hör mal zu sprechen. Als Tauchel wurde von Fadui verletzt, er hat viele Dinge gemacht. Fadui ist immer so, so in dem wir es. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass er sich mit ihm zu treffen. Also, Sie brauchen sie zu tun? Ja, ich will heute den Herzen. Ich sollte hier noch Glaslidien haben, eigentlich. Zum Beispiel. das war auf jeden fall eine gute antwort möglichkeit ok ich singe jetzt für blumen tatsächlich das aber ich bin gespannt es klar Wow. Vor allem hat man jetzt das erste Mal die Stimme von dem Reisenden gehört, oder? Junge, Junge, achso, ich bin mitten im Wasser. Hey, ich hab's mir selbst zuzuschreiben. Also ich kann mich jetzt grad nicht dran erinnern, dass die vorher schon mal da war. Alter, ganz egal. Ist auch scheißegal. Ich sterbe. Oh, die sind ganz schön stark. Okay. 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 Oh, das ist das. Okay. 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 Oh, ne? Ich wollte nicht sehen, als ich die Hände nicht sehen kann, als ich die Schäufer nicht vermeden möchte. Ah... Entschuldigung, ich verscheide das Thema. Ich habe noch keinen Spaß gemacht. In 2000 Jahren, der魔人-Sensoul war Ende, die erste Beziehung hatte die D. Aber die 5人, der in den Augen sind schon losgebracht. Was? Die hat eine gute Geschichtskenntnis. Die hat eine gute Geschichtskenntnis. Oha, das ist das erste Mal, dass wir das hören, oder? Ich hab ja sofort die Hörner. Ich hab nicht mal gesehen, dass die Hörner hat. Ich hab auch nicht mehr in diese Hörner. Ich weiß nicht nur die Hörner Ich weiß nicht, so ich weiß nicht. Ja das war kein Hörnereday. Ich weiß es genau. Ich weiß es so schnell auch so, was du? Ich kann es mir eine Hörner, oder? All right, ich hab schon gesehen. Das war die Hörner in Kalifornien- Rush. Wie war das, was du? Ja, ich habe die Hörner-Rczystin-Schön. Er war ein Kind aus der Hörner-Rczystin-S ach. Wie war das Hörner-Rczystin-Schön? Wir sind noch nicht wieder hier. Weitern runter. Das war's für heute. also der auftrag zieht sich schon ganz schön mit der lange folge kann ich euch sagen es ist es ist es 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 Oh ha Alter, Krieg Jetzt geht's ab Also Ich weiß nicht, dass es so viele Dinge gibt. Das ist, was ich möchte, oder? Oder was ich? Ah, das stimmt. Ich weiß nicht, Herr Schoenli. Ich weiß nicht, dass ich mich mit dem Schoen-Gang. Das ist gut. Ich werde mich auf dem Schoen-Gang. Ich weiß nicht, dass ich mich mit dem Schoen-Gang. Das ist gut, aber... Tora-Tabibito, wenn du ein Wunschläge der Wunschläge aufhörst, wo ist ein Wunschläge? Fuuuuh... Fahriui ist ein Wunschläge, wenn es ein Wunschläge ist, dann ist ein Wunschläge, das ist ein Wunschläge, wie ist das Wunschläge? Entschuldigung! Das ist sicher, wenn du diese Wunschläge spürst dich, und du siehst, dass du alle, die so wunschläge, die so wunschläge sind crazy! okay das ist tatsächlich am Arsch der Welt. Das waren wir glaube ich noch gar nicht. wir werden jetzt auf jeden fall noch die viertel Stunde zocken und dann aufhören wenn es strategisch am besten ist und dann geht es irgendwann die tage mit dem mit der story weiter weil ich denke wir werden die heute den erstaunten auftrag heute auf keinen fall durchbekommen er wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen ziehen also nicht falsch verstehen finde ich gut mag so lange quest rein so